Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern. Was sind Abstimmungen und wie stimme ich ab? In diesem Video erhalten Sie Informationen zu den Fragen Was sind Abstimmungen und wie stimme ich ab? Abstimmen heisst, ja oder nein zu einer Frage sagen. Bürger und Bürgerinnen dürfen politisch mitbestimmen. Das geht zum Beispiel mit Abstimmen. Abstimmen heisst, ja oder nein zu einer Frage sagen. Das heisst, Sie dürfen Ihre Stimme für oder gegen ein Thema abgeben. Es gibt verschiedene Abstimmungen. Solche, die nur die Gemeinde, also beispielsweise die Stadt Bern betreffen, Solche, die den Kanton, beispielsweise den Kanton Bern betreffen Und solche, die national ausgerichtet sind, das heisst, die ganze Schweiz betreffen. In der Stadt Bern finden meistens viermal pro Jahr Abstimmungen statt. Falls gleichzeitig auch kantonale oder eidgenössische Abstimmungen stattfinden, erhalten Sie alle Unterlagen direkt von der Stadt Bern. Abstimmungsunterlagen Wenn Sie in der Stadt Bern abstimmen dürfen, senden wir Ihnen alle Unterlagen drei Wochen vor der Abstimmung automatisch per Post zu. Sie erhalten folgende Unterlagen. Das Antwortkuvert Das Kuvert mit dem Fenster, in dem Sie die Unterlagen erhalten haben, ist gleichzeitig auch das Antwortkuvert. Den Stimmrechtsausweis Der Stimmrechtsausweis ist ein Papier, das Ihren Namen und Ihre Adresse enthält. Der Stimmrechtsausweis hat ein Feld, das Sie unterschreiben müssen. Stimmzettel Auf dem Stimmzettel steht die Frage, über die Sie abstimmen dürfen. Daneben können Sie Ja oder Nein ankreuzen. Das Stimmkuvert In das Stimmkuvert können Sie Ihren Stimmzettel legen. Das Stimmkuvert ist das kleinere Kuvert mit den Löchern. Die Abstimmungsbotschaft Die Abstimmungsbotschaft ist ein kleines Heft mit wichtigen Informationen über die Themen, über die Sie abstimmen. Abstimmungsanleitung Wir erklären Ihnen nun Schritt für Schritt, wie Sie die Abstimmungsunterlagen ausfüllen können. Antwortkuvert öffnen Das Kuvert mit dem Fenster, in dem Sie die Unterlagen erhalten haben, ist gleichzeitig auch das Antwortkuvert. Öffnen Sie das grosse Kuvert mit dem Fenster vorsichtig. Auf der Rückseite hat es eine perforierte Lasche. Nehmen Sie nun alle Unterlagen heraus. Zweitens Abstimmungsbotschaft lesen Falls Sie noch nicht wissen, wie Sie abstimmen möchten, lesen Sie die Abstimmungsbotschaft durch. Die Abstimmungsbotschaft kann Ihnen bei der Entscheidung helfen. Sie müssen die Abstimmungsbotschaft nicht zurückschicken. Drittens Stimmzettel ausfüllen Mit einem blauen oder schwarzen Stift können Sie nun das Feld Ja oder das Feld Nein auf Ihrem Stimmzettel ankreuzen. Sie können auch nichts ankreuzen und sich enthalten. Viertens Stimmzettel ins Stimmkuvert Legen Sie den Stimmzettel ins Stimmkuvert. Das ist das kleinere Kuvert mit den Löchern. Kleben Sie das Stimmkuvert zu. Fünftens Stimmrechtsausweis unterschreiben Unterschreiben Sie nun den Stimmrechtsausweis. Unter Ihrer Adresse hat es ein Feld für Ihre Unterschrift. Sechstens Antwortkuvert verpacken Nun können Sie den Stimmrechtsausweis und das Stimmkuvert in das Antwortkuvert legen. Platzieren Sie den Stimmrechtsausweis so, dass die Adresse der Stadt Bern durch das Fenster sichtbar ist. Verschliessen Sie das Antwortkuvert. Siebtens Kuvert abgeben Nun können Sie Ihre Stimme abgeben. Sie haben drei Möglichkeiten. Per Post, am Briefkasten oder persönlich im Stimmlokal. Sie können uns das Antwortkuvert mit allen ausgefüllten Unterlagen per Post schicken. Achten Sie darauf, dass die Adresse der Stadt Bern im Fenster sichtbar ist. Kleben Sie dann eine Briefmarke auf das Kuvert. Das Kuvert muss am Samstag vor dem Abstimmungstag bei uns ankommen. Sie können Ihr Antwortkuvert auch in einen der drei offiziellen Briefkästen einwerfen. Dies ist bis am Samstag um 12 Uhr vor dem Abstimmungstag möglich. In der Stadt Bern gibt es in allen Stadtteilen ein sogenanntes Stimmlokal, wo Sie Ihre Stimme direkt abgeben können. Manche Stimmlokale sind rollstuhlgängig. Im Link unter diesem Video finden Sie eine Übersicht über die Adressen und Öffnungszeiten aller Stimmlokale sowie Informationen zur Rollstuhlgängigkeit. Neue Unterlagen bestellen oder Unterstützung beim Ausfüllen der Unterlagen erhalten. Neue Unterlagen bekommen Sie beim Stimmregister der Stadt Bern. Sie können sich auch bei uns melden, wenn Sie Unterstützung beim Ausfüllen der Unterlagen benötigen. Sie finden uns im Erlacher Hof an der Junkerngasse 47, erreichen uns unter 031-321-5071 oder per E-Mail stimmregisteratbern.ch. Diese Informationen sowie unsere Öffnungszeiten finden Sie auch in der Box zuständige Stelle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017